Musik Damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Spieltag Nummer 22 steht bevor und das bedeutet und heißt für die Pfeilchen am Samstag ab 13 Uhr zu Gast am Müllandor auf St. Pauli, der FC St. Pauli, also unser nächster Gegner und unser Cheftrainer Daniel Mayer blickt aufs Spielvoraus. Ja, erstmal grundsätzlich von der Ausgangsbasis her, eines der schönsten Auswärtsspiele, denke ich, grundsätzlich von der Atmosphäre am Müllandor. Die Vorfreude ist bei der Mannschaft auch zu spüren, weil es macht einfach Spaß, dort zu spielen. Und wir haben, glaube ich, jetzt eine Woche gehabt, wo wir uns ein bisschen sortiert haben, wo wir auch versucht haben, ein bisschen einzuordnen, wie es zu den beiden Niederlagen gekommen ist. Und ich glaube, haben die Dinge auch gerade gerückt für uns, haben eine zielstrebige Trainingswoche jetzt gehabt, die Dinge besprochen, die für St. Pauli wichtig sein werden, um dort dann auch ein gutes Spiel zu machen und im Idealfall auch Punkte mitzunehmen und fahren optimistisch rüber. Und wollen dann auch endlich die Leistung zeigen, die wir in der Hinrunde schon gezeigt haben und da auch einen klaren Turnaround schaffen. Das ist das Ziel für Samstag. Ansonsten vom Personal her, Fabian Kallig ist gesperrt mit der fünften Gelben, das ist klar. Der Dennis Kempe hat sich im Spiel gegen Ingolstadt eine Verletzung zugezogen, wo wir noch keine finale Diagnose haben. Es scheint jetzt im ersten Anlauf keine Knieverletzung zu sein, das ist schon mal wichtig, sondern eher eine muskuläre Geschichte am Muskelansatz, also eine Sehne, die da wo betroffen ist. Vielleicht ist es sogar nur ein Schleimbeutel. Also es kann auch sein, dass es dann deutlich schneller geht, als es zunächst aussah, aber wir, wie gesagt, haben noch keine finale Diagnose. Die Experten streiten sich noch ein bisschen, was es genau ist. Deswegen müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ansonsten für uns positiv, Steve Breitkreuz hat das Licht des Trainingsplatzes gesehen diese Woche, also hat die ersten Runden gedreht, ist also aus der klassischen Reha jetzt hier im Gebäude raus und war jetzt wieder ein bisschen auf dem Platz, konnte ein bisschen laufen. Das wird trotzdem noch eine Weile dauern, aber es ist sicherlich ein wichtiger Schritt nach vorn, auch für ihn selber, dass er wieder bei der Mannschaft war und mit uns draußen war und, wie gesagt, da ein paar Dinge individuell machen konnte. Ansonsten alle dabei und wir werden dann entsprechend der Aufgabe den Kader benennen. Tja, alle dabei. Das heißt auch, Philipp Riese ist wieder mit dabei, der vorige Woche zum Zuschauen verurteilt war, wegen seiner Gelbsperre. Philipp, der Trainer hat gerade gesprochen davon, Vorfreude auf St. Pauli, wie groß ist die bei dir? Und welche Erinnerungen hast du mit St. Pauli? Ja, definitiv riesen Vorfreude bei uns allen, wie es der Trainer schon gesagt hat. Es ist schon was Besonderes, auf St. Pauli zu spielen. Ja, gut, dass ich letzte Woche gesperrt war. Irgendwann ist es halt mal soweit, das Spielmuster halt kommen, wäre ja schon eine Woche eher gewesen, aber es war dann halt so. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder mitwirken kann, wie der Trainer auch schon gesagt hat. Wir haben unsere Fehler analysiert, wir wissen, worauf es ankommt und wir wollen uns auf jeden Fall die letzten zwei Spiele wieder gut machen. Und man hat aber auch, muss man sagen, deutlich den Unterschied gemerkt die Woche, dass wir anders aufgetreten sind im Training, als die Woche vielleicht zuvor war. Und wir sind guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen. Persönlich habe ich eigentlich keine schlechten Erinnerungen auf St. Pauli. Also ich wüsste nicht, dass ich da überhaupt schon mal verloren habe. Bin ich mir gerade unsicher. Das ist auf jeden Fall die beste Zweitliga-Balance, die wir gegen St. Pauli haben. Nämlich seit acht Zweitligaspielen ungeschlagen. Aber dagegen hat St. Pauli aktuell seit sieben Jahren die beste Saison. Was sagt man da, Philipp? Ja gut, irgendwann ist es immer das erste Mal. Aber wir werden auf jeden Fall alles daran setzen, dass wir unsere Bilanz gegen St. Pauli aufrechterhalten. Und ja, wie gesagt, wir wissen, worum es geht. Wir wollen unsere Leistungen, die wir zum Ende der Hinrunde gezeigt haben, wieder auf den Platz bringen. Und das werden wir, denke ich, auch hinkriegen. Vorfreude auf St. Pauli auch in den Gesichtern der Journalisten. Sie haben jetzt das Mikrofon für Fragen. Thomas Narendorf von der Morgenpost. Philipp, eine Frage an dich. Ich habe gerade die Tabelle hier. Wenn man eure Spiele anguckt, eure Siege, die sind meistens gegen die höherklassischen oder die besser stehenden Teams basiert. Die Niederlagen gegen die unteren Teams. Ist es dann doch so, dass man gegen stärkere Teams unbedarfter reingeht, weil der Druck vielleicht nicht so hoch ist? Im Unterbewusstsein kann das durchaus möglich sein, dass das in dem einen oder anderen Kopf vielleicht mit drin ist. Ich persönlich für mich kann nur sagen, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Ja, aber wie gesagt, es ist halt auch manchmal, kommt immer auf den Gegner drauf an, die unten spielen meistens nicht so schön Fußball, in Anführungszeichen. Das, was uns jetzt vielleicht in dem Moment besser liegt und obwohl wir eigentlich auch eine kämpferische Truppe sind, trotzdem guten Fußball spielen, liegt uns das von unten halt nicht so ganz. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen auch gegen die Unterklassigen unsere Punkte holen, was uns halt diese Saison überhaupt noch nicht so wirklich gelungen ist. Und ja, aber daran geht es zu arbeiten und zum Glück kommt ja jetzt St. Pauli, die oben stehen. Tja, und zum Glück kommt jetzt die nächste Frage, wenn es die gibt. Von Thomas Kunze, MDR aktuell. Coach, es waren in den letzten Spielen ein paar Kilometer weniger Laufleistung der gesamten Mannschaft. Die erste Frage ist, wie erklärt sich das? Und die zweite ist, wie gut tut es, dass jemand wie Philipp dann zurück ist im Maschinenraum? Ja, also die Entwicklung ist, es ist jetzt nicht dramatisch, ich glaube 110 oder so, 110, 112 sind wir in den ersten Spielen gelaufen. Wir haben ein bisschen geguckt, auf welchen Positionen es da fehlt und es fehlt vor allen Dingen an den Metern von den Jungs, die hinten spielen. Also weil in so einem Moment der Mut fehlt, dann die Angriffe vielleicht mitzugehen und richtig nachzuschieben und dann vorne drin zu bleiben. Also wir sind da im Moment ein bisschen ängstlich und versuchen dann eher die Räume zu schützen. Das ist schon die Auffälligkeit, dass eher der ein oder andere Kilometer bei einem Defensivspieler fehlt und gar nicht jetzt bei den Jungs, die vorne spielen. Und wir haben einfach in unseren guten Phasen die Überzeugung gehabt, eben wirklich nicht nur mit allen zu verteidigen, sondern auch mit allen Leuten anzugreifen. Und eben wirklich sehr, sehr hoch nachzuschieben und sicherlich auch mal mit den Außenspielern aus der Dreierkette eben mal richtig oben mit reinzugehen. Und die Überzeugung hat uns zuletzt gefehlt und da fehlen uns dann halt auch ein paar Kilometer unterm Strich. Und dann eben aber auch, und das sieht man ja, wenn wir den Mut und die Überzeugung nicht haben, fehlen uns dann eben auch die finalen Offensivaktionen. Und wir haben darüber gesprochen, wir haben für uns auch nochmal klar, und das war so ein bisschen noch das Thema der Woche festgelegt, wie definieren wir uns, wie definieren wir unser Spiel. Weil es immer wichtig ist, dass man dann, gerade wenn man das Gefühl hat, dass es nicht so läuft und die Automatismen nicht so da sind, dass man sich so ein bisschen auf die Basics wieder beruft. Und für uns ist ganz klar, dass wir unabhängig von unserer Situation, dass wir eine Ballbesitzmannschaft sind, dass wir gestalten wollen, dass wir Ballbesitz brauchen, dass wir die Bälle nicht weghauen dürfen, sondern dass wir versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Und das war jetzt zuletzt nicht der Fall. Und es hat auch eine psychologische Komponente, weil das gerade auch mit angesprochen worden ist, weil wir uns auch darüber unterhalten haben, weil der ein oder andere eben schon sagt, er hatte zuletzt in den Partien gegen die Mannschaften von unten eher das Gefühl, dass es was zu verlieren gibt und dass man was verteidigen muss. Und dann fehlt dir natürlich vielleicht diese letzte Überzeugung und auch vielleicht dieser letzte Drang, dann wirklich offensiv zu spielen, offensiv auch Risiko zu gehen. Es ist einfach so, wenn du angreifst, dann hinterlässt du hinter dir vielleicht doch mal das ein oder andere Mal einen Raum. Und das hat uns einfach nicht gut getan, weil es grundsätzlich unsere Stärke ist. Und wenn die Überzeugung dann nicht da ist, dann wird es halt kompliziert. Und dann waren die Spielverläufe dann auch so, dass plötzlich Dinge hinterherrennen mussten und dass sich das dann gedreht hat. Und das war nicht gut für uns so. Und ich glaube, dass wenn wir wieder dahin kommen, dass wir mehr Überzeugung im Offensivspiel haben, dann kommen die Kilometer wieder mit dazu, weil du nach vorne dann die Wege auch anders machst und mit mehr Leuten nachrückst und da aggressiver bist. Und dann relativiert sich das auch relativ schnell. Gibt es weitere Fragen? Dann macht Sebastian Sieberts von der Freien Presse weiter. Ich würde die zweite Frage vom Kollegen nochmal aufgreifen. Wie wichtig ist dann Philipp Riese jetzt, dass er zurückkehrt? Oh, Entschuldigung. Es ist mir dann ein bisschen runtergerutscht. Ja, wir haben mal ganz vorsichtig nach dem Spiel gegen Ingolstadt erwähnt, dass wir können auch mal wieder einen Schritt zurück machen. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von der guten Phase, die wir im Dezember hatten. Wir sind unterm Strich immer noch Erzterbürger Aue. Wir sind immer der erste nannte Abstiegskandidat. Wir haben einen großen Umbruch hinter uns und haben vor allen Dingen die Mannschaft verjüngt. Und wenn uns dann einfach wichtige Leute fehlen oder die wenigen Leute fehlen, die einfach wirklich auch viel Erfahrung haben, dann wird es für uns auch schwierig. Wir haben in der Hinrunde auch lange Wellenbewegungen gehabt und haben gesagt, wir müssen versuchen, die richtige Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive. Und haben die eigentlich in dem Moment gefunden, als Philipp im defensiven Mittelfeld sich da festgespielt hatte. Weil er, und das sieht man vielleicht nicht immer so auf den ersten Blick, viele Räume für uns zuläuft, unendlich viele Räume für uns zuläuft. Den anderen Leuten dann aber auch die Sicherheit gibt, zu attackieren, weil sie wissen, er ist dahinter, er antizipiert gut, er bügelt mal einen Fehler aus. Und deswegen ist er, unabhängig davon hat er, glaube ich, jetzt knapp 100 Zweitliga, 93, das wird jetzt, glaube ich, knapp auf die 100 Zweitligaspiele zugeht. Und eben dann auch jemand ist, der schon ein gewisses Alter hat. Das fehlt uns einfach so. Und plus Steve Breitkreuz weg, plus ein Dennis Kempe dann verletzt raus, der irgendwie 160 Zweitligaspiele hat. Das tut uns dann im Moment einfach auch nicht gut, nicht? In der Phase, wo wir uns gerade auch so ein bisschen suchen und ein bisschen schütteln, weil wir einfach viele junge Spieler mit dazwischen haben. Der Kusic hat sein drittes Ligaspiel gemacht, der Kolper hat sein zweites Ligaspiel gemacht, der Krüger macht sein achtes, der Ioa hat auch noch nicht so viel, der Herrmann macht sein siebtes oder achtes. Also wir haben einfach ein paar junge Spieler mit auf dem Platz und das können wir nicht wegwischen. Und deswegen ist es wichtig, dass Jungs, die stabil sind, die wenig Schwankungen haben und die einfach gerade für die defensive Stabilität dann auch zuständig sind und den Jungs Halt geben, dass die halt da sind. Und deswegen sind wir froh, dass Philipp am Wochenende mit dabei ist. Sebastian Mutzler von der Bild-Zeitung macht weiter. Frage an Philipp. St. Pauli hat sich jetzt nochmal verstärkt im Winter mit Alex Mayer. Was macht den so gefährlich? Wie kann man den stoppen, auch wenn du jetzt nicht vielleicht im direkten Nuell auf ihn treffen wirst? Ja gut, ich denke, man hat über Jahre hinweg gesehen, dass das ein Bundesliga-Stürmer ist, der enorme Qualität hat, aber ich denke, wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu, dem zu stoppen. Und ich denke auch, dass da auf der anderen Seite nicht so mega viel dazugehört. Wir müssen uns halt in jedem Zweikampf unterstützen, müssen uns helfen, müssen ihn halt auch doppeln, wenn das nötig ist. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir den im Griff kriegen. Aber es ist ja auch Tatsache, dass er nicht der einzige gute Spieler bei St. Pauli ist. Sebastian Mutzler? Nein, nicht. Thomas Narrandorff dafür. An Daniel, ich habe es jetzt nochmal versucht nachzuzählen. Ich hoffe, ich liege richtig. 15 von 22 Punkten habt ihr geholt, wenn ihr 1-0 geführt habt. Ist es einfach das fehlende Erfolgserlebnis? Ja, denke ich schon. Also es ist einfach so, dass es ist ja, wir müssen ja mal ehrlich sein, wenn wir die Spiele, die wir gewonnen haben, die sind ja auch fast immer enge Spiele gewesen. Und du brauchst am Ende auch einen guten Spielverlauf. Du brauchst vielleicht auch mal ein bisschen Matchglück. Du brauchst vielleicht auch die Situation, dass du in Führung gehst. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn wir gegen Ingolstadt, auch wenn wir da eine überschaubare erste Halbzeit gespielt haben, wenn die Situation in der Nachspielzeit, wo der Melder aus nahe des Tanks dem Keeper das Ding in die Hände spitzelt, wenn wir so einen Brustlöser hätten, wenn wir da den Ausgleich machen, dass wir da nochmal die zweite Luft bekommen und dass auch eine andere Körpersprache da ist, das sieht man ja immer wieder im Fußball, dass du einfach so einen Brustlöser halt brauchst. Und klar, wenn du in Führung gehst, dann ist das für eine Mannschaft, die ein Spiel gestalten will, die nach vorne spielen will, immer eine bessere Situation, völlig normal, als wenn du hinterher rennen musst. Und dementsprechend, klar, hoffen wir einfach, dass wir wieder in Führung gehen und würde natürlich ein Tor jetzt einfach auch mal helfen. Das ist ganz klar. Also man muss mal unabhängig davon, dass wir nicht gut gespielt haben in den ersten beiden Spielen, haben wir jetzt auch nicht so viel Matchglück gehabt. Das muss man ja auch mal sagen. Da können wir uns über ein paar strittige Elfmeter-Entscheidungen unterhalten und auch über zwei, drei Szenen, wo es dann nicht so optimal für uns lief. Oder auch das Gegentor von Ingolstadt, wo die dann achtmal Pingpong spielen und die hatten dann wieder am Fuß. Die Situation haben wir halt im Moment nicht. Aber die gehört halt mit dazu. Also wir müssen halt auch ruhig bleiben und vor allen Dingen dann auch an unsere Stärken glauben und die Überzeugung vorleben. Und ich glaube, das haben wir die Woche für uns auch nochmal festgehalten. Und wenn du hart arbeitest, dann kippt das auch wieder zu dir und dann wirst du auch diese Situation haben und dann sind wir auch wieder da. Thomas Konze von MDR aktuell. Habt ihr noch eine Frage? Ja, ich würde dem Philipp gerne nochmal fragen, ob du selber spürst, dass die Mannschaft dich jetzt in besonderem Maße braucht. Du spielst ja genau so, wie es deinem Charakter entspricht und hast dir das Ingolstadt-Spiel ja wahrscheinlich angeschaut. Sind dir da Dinge aufgefallen? Macht das was mit dir, dass du jetzt ein immer wichtigerer Faktor wirst, speziell in der Phase, in der es gerade nicht so gut läuft? Ja, schwer zu sagen, finde ich. Also man merkt schon, dass man hin und wieder den einen oder anderen auf dem Feld klar mit meiner Spielweise auch mitziehen kann. Definitiv ist es auch so, dass gerade wir in der Mitte ein eingespieltes Trio waren. Wenn dann mal einer wegfällt, merkt man halt auch den kleinen, aber feinen Unterschied, dass es dann halt von 0 auf 100 nicht zu 100 Prozent auch passt. Aber, ja, also, weiß ich nicht, so speziell irgendwas bemerkt. Ich meine, dass Ingolstadt jetzt, das Spiel war halt auch ein bisschen schwierig, muss man sagen. Da hat halt wirklich gar nicht so viel funktioniert. Aber das jetzt als Maßstab zu nehmen, ich denke, da sollten wir uns davon entfernen. Und, ja, wie gesagt, also ich kann nur sagen, ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein. Das eine Spiel auf der Bühne, also eine Genugtuung ist das nicht, von oben da zuzugucken. Und, ja, deswegen lieber auf dem Platz mit den Jungs zusammenarbeiten und erfolgreich sein. Das ist unser Ziel. Dann war es das an Fragen. Dann war das auch die Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Herzgebirge beim FC St. Pauli. Vielen Dank und Glück auf!